Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digit's Adventure in der Region Ägypten. So, und dann einmal da den Diener ziehen. Schieben wir nicht auch mal direkt mit da rein. Ähm, ne, die schieben wir nicht mit da rein. Ich habe da nämlich gerade was gesehen. Ähm, das ist nicht, okay. Ähm. So. Ja, das machen wir gleich. Ich muss mal hier alles leer machen. So, jetzt geht's da weiter. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach doch, er ist hier. Okay, das war's du. Okay, so, jetzt geht das wieder los da. Ähm, mhm, hab ich mir fast gedacht, okay, haha, ich sieh's da, okay, mhm, ne, ach, okay, okay, dann machen wir's so, ich wollte ja eigentlich wieder zurücksetzen, aber okay, bitte schon, so, hier komm ich auch noch rein, juhu, so, so, halt, ich hab da gerade was gesehen, ich hab da bei jedem Komma, wo ich gesagt habe, da geht's doch, ne, da geht's rein, naja, da geht sogar ein bisschen mehr rein, okay, da oben war noch einer, mir war nichts, doch da ist auch noch einer, stopp, den nimmst du bitte mit, den habe ich eben nicht gesehen, war ja gar nicht unten, haha, ja, okay, so, aber das war's jetzt, ja, okay, dann gehen wir jetzt mal da runter, ja, okay, dann, 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 Ach so, da komme ich gar nicht rein. All die Weile. Ach, da komme ich auch nicht rum. Gut, gibt es da. Ja, da gibt es aber noch was. Okay, dann muss ich mal gucken. Komm ich da hier rein? Nee, so nicht. So auch nicht. Da auch nicht. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Okay, echt gut. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, damit waren wir hier auch ruhig, jetzt gerade nochmal gucken, ob es hier irgendwo einen Geheimgang gibt Nein, da gab es keinen Geheimgang, gut, dann geht es jetzt zurück Get some of you know Okay, da ist nichts, gut Da ist auch nichts So Ja, da komme ich gleich hin Da ist mein Wasser So Dann geht es jetzt da runter 827, da fehlt noch eine ganze Ecke Da fehlt noch eine ganze Ecke Wo fehlt die denn Oh ja, okay, gut Da haben wir noch etwas Da ist noch etwas Oh ja, da komme ich gleich wieder raus Okay, und dann war da oben auch noch irgendwo etwas Was, ja, da oben noch Gut Gut Und dann geht es da oben weiter Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob das dann auch alles gewesen ist Oder was man versuchen muss Ja, da ist noch ein bisschen was Wo haben wir den denn auf der 4 Da unten ist nichts, aber da ist noch was Das ist F Da ist er, okay Das ist F Gut, so, da ist noch einer Das ist der Nachteil, wenn man schnell spielt, dass man sowas mal leicht übersieht So Dann haben wir immer noch 25 Stück Und zwar auch der 1 Direkt am Anfang Okay, gut Dann da einmal wieder zurück Irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen verkehrt Ne, du warst das Da bin ich hergekommen Da bin ich hergekommen Ja So Und dann einmal ganz zum Anfang Da habe ich einen übersehen Ja, die anderen habe ich Dann bedanke ich mich für euch bis zu Moment 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 Es könnte sein Dass wir hier noch ein Geheimnis haben Es kann sein, dass es hier noch ein Geheimnis gibt Und aus diesem Grunde sollte man einfach mal gucken Mit den Augen Den machen wir so rum So Und so Ja Das war ein Geheimnis Dann bedanke ich mich für euch fürs Zusehen Lasst mir ein Like und ein Abo da Folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kik Bis zur nächsten Folge Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.